Hallo, hier ist wieder eure Peggy. Heute habe ich euch eine kleine Auswahl unserer neuen Gehllacke mitgebracht. In unseren News habt ihr bestimmt schon gehört, über 90 neue Farben, zu den bereits schon erhältlichen. Ausgesucht habe ich mir heute eine Urlaubsnailart. Eine Hand habe ich bereits vorgearbeitet. Als Untergrund habe ich hier unser NDED Fiberglasgel verwendet. Damit es natürlich aussieht, unser Altrosa. Für mehr Glamour habe ich dieses mit Silberpigmenten und etwas Glitzer gemischt. Ich bereite mir meine Farben auf einer Palette vor. Für den Strand verwende ich das Goldglitzer. Dieses ziehe ich in kleinen Wellen über die Spitze. Wir arbeiten heute mit der LED-Lampe. Hier gilt dann bitte für 60 Sekunden aushärten. Bei einer UV-Lampe für 2 Minuten. Das Wasser male ich mir mit einem dünnen Pinsel in einem schönen hellen Blau. Damit die Smiline besonders schön und sauber wird, ziehe ich diese mit einem Pinsel nach. Auch hier bitte für 60 Sekunden aushärten. Das Wasser male ich mir mit einem Pinsel in einem schönen Teil. Hier schon mal Strand und Wasser. Mit einem dunkleren Blau ziehe ich ein paar Wellen. Auch dieses bitte wieder aushärten. Mit Weiß gebe ich den Wellen etwas mehr Tiefe. Langsam wird es. Auf den Ringfinger male ich eine Palme. Für den Stamm verwende ich ein Schwarz. Den Stamm ziehe ich in mehreren Dreiecken nach oben. Damit nichts verläuft, härte ich aus. Mit unserem Grün nun die Palmenblätter. Ich härte wieder an. Noch zwei Kokosnüsse mit dem Spotswoll in die Mitte. Und nochmals aushärten. Jetzt auf den Zeigefinger eine Blume. Ich habe mich für ein kräftiges Lila entschieden. Für einen besseren Kontrast und mehr Tiefe ummale ich die Blütenblätter mit Schwarz. Noch ein paar weiße Punkte in die Mitte der Blüte. Alles noch einmal für 60 Sekunden aushärten. Mit dem Gelpolished Topcoat aus der gleichen Serie versiegel ich alles. Auch hier für 60 Sekunden aushärten. Ich entferne die Schwitzschicht und trage wie immer noch ein pflegendes Nagelöl auf. Hier habt ihr gesehen, wie schnell man mit den Gelacken eine Nailart kreieren kann. Hier könnt ihr auch noch einmal sehen, wie schön das Nagelbett klimmert und glitzert. Eine tolle Kombination mit den UV-Gellacken. Von dezent bis poppig. Dies war nur eine kleine Auswahl unserer Farben. Viele andere findet ihr in unserem Onlineshop. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Peggy. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020